Der literarische Selbstmord Ein Dialog Wenn das die Welt ist, so will ich nicht mehr leben. Einfalt, Grauheit, Gefühllosigkeit, Gewissenlosigkeit, Grobheit, Mobbing, Opportunismus, Verlogenheit, Ausgrenzung. Aber wir leben doch in einer Spaßgesellschaft. Kein Grund zur Traurigkeit. Wir haben Partys, ProSieben, Infotainment, Jan Böhmermann, Ralf Rute. Ganz genau, das ist das Problem. Es gibt doch keinen Grund für Trübsinn. Es fehlt an Tiefgründigkeit. Es herrscht Oberflächlichkeit. Die Leute werden rumgehetzt. Es gibt wenig Verständnis für Andersartige. Die Menschen sind streng, kalt. Hart, manipuliert, selbstentfremdet. Es ist da nur verständlich, wie man da soziophob wird. Du bist doch ein undankbarer Assi. Da haben wir's. Genau. Du, ich fürchte, ich mach nicht mehr lang. Ja, ich bin auch schon müde. Ich meine mit dem Leben. Ich wundere mich, dass ich vor Aufregung noch keinen Herzinfarkt hatte. Der Selbstmord ist philosophisch eine sehr interessante Angelegenheit, sagte Albert Camus. Camus? Philosophie? Bitte, wird es jetzt etwa langweilig? Ich bin schon müde. Jan Böhmermann kennst du aber nicht Camus. Aha, okay, schon gut. Nein, es wird nicht langweilig. Es geht um Selbstmord. Egal, was Camus meinte. Ich meine, der Selbstmord ist darum interessant, weil er Freiheit und Sicherheit vereint. Der Selbstmord führt weg von dieser beschränkten, geistlosen Welt in die Freiheit. Aber der Selbstmord ist auch sicher, im Sinne von gewiss. Unsicher wäre es, zu unbekannter Zeit durch einen schmerzhaften Unfall zu verschwenden. Ein Politiker hat gesagt heute, die Zeit wäre die beste, in der man leben kann und wo man sich um Kinder keine Sorgen machen müsste. Ich frage mich, wann dieser Politiker sein inneres Kind das letzte Mal gesehen hat. Ich lese hauptsächlich Bücher aus vergangenen Zeiten. Damals pflegte man noch Respekt und bemühte sich um präzisen Ausdruck. Es herrscht wahrscheinlich auch einfach mehr Zeit, Dinge richtig wahrzunehmen, richtig zu beschreiben. Heute herrscht viel Konkurrenz, Zeitdruck, Leistungsdruck. Dass es mehr um Wirkung geht, mehr um Aufmerksamkeit, mehr um Verspackung, mehr um Schein geht, als um Inhalt, um Sinn und Ehrlichkeit. Der Druck der Anpassung und des Selbstverrats durchzieht die Parteien, die Kirche, YouTuber und den Journalismus. Ständig wird das eigene für Zuspruch von außen verraten. Materiell, Geld, da mögen wir mehr haben als in alten Zeiten. Aber wir verrohen zu mehr seelisch, sinnmäßig und es herrschen Misstrauen, Verschlossenheit und... Das klingt alles so negativ und erdrückend. In was für einer Welt lebst du denn? Ja, jetzt erklär mir nicht, dass ich verrückt bin, nur weil du, Blindfisch, das alles nie sehen kannst. Jetzt hast du mich ohne Grund beleidigt. Du bist ein Teil des Problems, was ich versuche zu beschreiben. Ja, Rassismus existiert ja auch, auch wenn es nicht jeder sieht und nicht jeder davon betroffen ist und es nicht jedem im Alltag begegnet und Mobbing, ja. Neun von zehn macht es Spaß, so sagt man. Aber der Betroffene verklagt sich, nur der Betroffene und die restlichen Neuen verstehen das Problem nicht. Genau wie du. Glaubt mir einfach, glaubt mir einfach, zu gut und tolerant sich viele Leute ausgeben. Sie sind Teil einer riesen Mobbing-Party. Arno Grün hat die Ursachen einfach erklärt. Kindern wird nicht richtig zugehört, Kinder werden nicht ernst genommen, ihre Grenzen werden selten anerkannt. Und das Ende davon ist ein zurechtgestutzter, in ein innerlich gebrochenes Wesen, was zu Angebereien neigt, andere gerne erniedrigt und gerne Teil einer Gruppe ist, um seiner Verlassenheit zu entkommen. Und ich sag dir eins zur Nacht. Das System allein stellt die Bedingungen für den schlimmsten Mord in Mord an Seele, Geist und Seele. Und selbst. Geist und selbst.